Moin Jungs was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück so alles eingestellt perfekt ihr seht ich habe meine kamera ein bisschen geändert ein greenscreen hatte ich ja vorher schon ich finde einfach sieht viel besser aus es sieht professioneller aus und ich kann euch mal eine wunderschöne mörder shirt zeigen die ich anhabe bei der arbeit habe ich leider nicht an da muss ich hemd und krawatte tragen aber sonst in der freizeit ihr kennt das wahrscheinlich schreibt mir in kommentare wenn jetzt genauso macht sobald ihr nach hause kommt von der schule von der arbeit direkt alles ausziehen jogginghose an schlabbershirt und entspannt machen ich habe heute ein video da wollte ich schon lange zeit drüber sprechen und es ist ein schwieriges thema wir haben sie in usa jetzt leider vor kurzem erst gehabt ihr habt es ja mit sicherheit mitbekommen und zwar amok läufe von drei verschiedenen leuten innerhalb von drei verschiedenen tagen war es glaube ich insgesamt mittlerweile über 60 tote 20 30 verletzte und die diskussion die in den usa jetzt mal wieder auf kam war vor allen dingen von unserem geliebten us-präsidenten donald trump das ballerspiele wie er sie nennt also call of duty battlefield fortnight all das sind für ihn die gründe warum menschen austicken und amok laufen und das ist ein ernsthaftes thema und ich habe mir gedacht aktuell black ops 4 bietet uns nicht so viel was das letzte update angeht das kann man in einer minute zusammenpacken das ist nicht toll dafür habe ich keine lust ein video zu machen aber mal zwischendurch so ein ernstes thema und gerade was amok läufe angeht und was die spiele damit zu tun haben und warum das finde ich ein spannendes thema und ich hoffe ihr werdet es genießen ich weiß dass da jeder eine andere meinung zu hat aber eine meinung die viele amerikaner vertreten die gefühlt hinter dem mond leben die kann ich nicht nachvollziehen und zwar dass der grund von amok läufen dass es überhaupt möglich ist und gerade in usa ist es ja sehr häufig weil die andere waffengesetze haben als wir in deutschland hier in deutschland könnt ihr nicht einfach wenn ihr 16 seid in engt einen waffenshop geben euch eine waffe kaufen das gibt es dann nicht die option gibt es dann nicht und in den usa ist das aber so in den usa braucht ihr seit donald trump da ist nicht mal mehr ein nachweis dass ihr nicht psychisch krank seid oder in behandlung seid vorher war das so ihr musstet euren ausweis vorzeigen habt eine waffe bestellt dann wurde zwei wochen lang geprüft ob ihr irgendwo per haftbefehl gesucht werdet ob eine gefährliche person seid ob ihr ein psychiater habt das wurde alles geprüft und dann habt ihr eure waffe bekommen jetzt mittlerweile ist es so dass das nicht mehr geprüft wird donald trump hat gesagt die amerikaner sollten niemandem auskunft darüber geben müssen ob das irgendwie gefährlich werden könnte ob man irgendwie in psychisch psycho psychotischer lernen sprachen psychiatrische behandlung ist so ist es richtig und seitdem kann jeder egal was für probleme der hat sich waffen mit scharfer munition kaufen sturmgewehre handfeuerwaffen alles mögliche und das ist natürlich ein problem weil viele amerikaner das ist von bundesstaat zu bundesstaat anders aber die meisten bundesstaaten gerade diese hardcore bundesstaaten so ob das jetzt texas ist oder alles was so in dem gebiet ist da habt ihr es auf jeden fall da habt ihr das problem dass jeder zweite statistisch gesehen mehr als zwei waffen hat die haben ihr recht sozusagen sich selbst zu beschützen das ist in der amerikanischen verfassung auch verankert und das ist aber das problem was wir haben jeder egal wie wie bekloppt er ist oder welche welche welchen plan er hat kann sich waffen besorgen und im prinzip wild um sich herum schießen es gibt keine natürliche barriere mehr hier in deutschland gibt es waffenscheine die ihr machen müsst den ersten waffenschein damit könnt ihr waffen tragen die zum beispiel gas munitionen haben oder schreckschuss waffen für diesen waffenschein müsst ihr euch beim ordnungsamt anmelden ihr müsst dafür geld zahlen dann werden eure personalien kontrolliert dann wird kontrolliert ob gegen euch irgendwas vorliegt und sobald ihr auch nur eine vorstrafe habt die eingetragen ist bekommt diesen waffenschein nicht und der würde euch nicht mal die erlaubnis irgendwie besorgen dass ihr irgendwo in irgendeinem waffenshop euch jetzt eine waffe kaufen könnt dann gibt es noch den zweiten waffenschein den größeren dafür müsst ihr sogar eine richtige ausbildung machen nicht so eine drei jahre ausbildung und schießausbildung mit allem was hat zugehört mit mit gefahren von waffen umgang und 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 es gibt natürliche barrieren in deutschland die dafür sorgen dass nicht jeder hans und franz mit einer waffe durch die gegend laufen kann und in den usa ist das eben ein ganz anderes thema jeder kann mit einer waffe rumlaufen jeder kann damit machen was er möchte auf der straße in vielen bundesstaaten damit rumlaufen und viele angestellte zum beispiel von starbucks sind ganz klar dagegen denn ihr müsst euch mal vorstellen ihr arbeitet bei starbucks und alle zehn sekunden kommt jemand rein und jeder von denen trägt sichtbar eine waffe ihr wisst nie ob das jetzt einer ist der ein coffee to go bestellen möchte oder ein java chip chocolate cream oder ob er vor hat irgendwie mit der waffe jetzt einen überfall zu starten und das problem ist halt auch bei den vielen schülern und oftmals ist es so dass die amokläufe von studenten gemacht werden nicht immer statistisch gesehen aber sehr häufig das hat verschiedene gründe die werden gemobbt die werden ausgegrenzt die werden online gemobbt gerade in zeiten von social media ist das mobben sehr sehr einfach und sehr sehr schnell getan man sitzt ja nur vorm rechner man macht sich ja nur einen spaß man meint es ja gar nicht so ernst man wünscht dem anderen ja gar nichts böses aber es sitzt immer einer auch am rechner der das ganze empfängt und der sieht das natürlich anders der wird angegriffen der wird verarscht der wird dann in der schule noch mal verarscht und das ist einer der vielen gründe warum diese leute dann irgendwann im hirn nicht mehr richtig funktionieren und sich in ihre eigene welt schaufeln nicht dass sie call of duty spielen weil ganz ehrlich wer von euch spielt seit jahren ballerspiele battlefield call of duty fortnight und hat schon mal irgendwie wirklich den drang gehabt zu sagen ich möchte jemanden töten ich bin mir relativ sicher nicht ein einziger von euch und in den usa ist es halt leider auch so sich hilfe zu holen ist immer noch sehr verpönt das heißt jemand der zugibt dass er probleme hat dass er psychisch wahnvorstellungen hat dass er sich ausmalt wie es ist andere menschen zu töten sowas ist dort ein no go die leute wollen das nicht erzählen trauen sie es nicht zu erzählen an der high school das thema mobbing ist in usa wirklich groß und bis jemand so weit ist dass er eine geladene waffe in die hand nimmt und darauf losgeht menschen zu töten dauert es wirklich einen sehr sehr langen weg das dauert wirklich lange das geht nicht von heute auf morgen und es gibt in den usa leider kaum früh erkennungssysteme an den high schools wird mittlerweile vermehrt darauf geachtet aber solange die waffen lobby in den usa die sehr sehr mächtig ist die seit jahrzehnten verhindert dass schärfere waffengesetze eingeführt werden dass nicht mehr jeder der dort in usa lebt sich waffen kaufen kann wie er möchte und granaten und alles solange diese waffen lobby die ist wirklich sehr sehr mächtig ihr dürft das nicht unterschätzen ist die stärkste lobby der welt und die größte mit dem meisten umsatz die zumindest legal der meiste umsatz illegal wird wahrscheinlich drogen sein die sind seit jahren dagegen weil es natürlich für die auch heißen würde okay weniger geld wenn weniger waffen verkauft werden wenn weniger leute mit waffen rumlaufen und das einzige was wirklich obama schon acht jahre probiert hat und was die immer wieder anführen ist das ist eben in der verfassung geregelt dass jeder amerikaner das recht hat sich selber zu verteidigen hier im deutschen grundgesetz ist es etwas anders geregelt weshalb wir diese problematik mit den waffengesetzen hier auch nicht haben ich finde es sehr sehr traurig dass jetzt diese diskussion losgeht ob ballerspiele der grund dafür sind dass die leute durchdrehen und andere menschen die nichts dafür können andere studenten andere lehrer völlig unbeteiligte anschießen abschießen in die luft jagen wollen und 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 die menschen die das machen die kann man natürlich dafür verurteilen aber man muss ganz genau gucken was ist der auslöser dafür und ein mensch wird nicht so geboren sondern ein mensch wird von der gesellschaft so erzogen das heißt zum teil dass die menschen soweit sind dass das für die der einzige ausweg ist und nicht dass sie sehen es gibt noch eine andere option sondern das ist der einzige ausweg für die leute da muss man ganz ehrlich sagen normalerweise müsste man da ansetzen und da man nicht jenen gerade bei so vielen amerikanern wie es gibt dazu bekommen kann dass er sagt ich brauche hilfe ich bekomme hilfe weil es genug anlaufstellen gibt gerade dann sollte man dafür sorgen dass den leuten die möglichkeit genommen wird oder zumindest das ganze erschwert wird dass man sich mit waffen eindeckt und völlig durchdreht und in dem fall ist es jetzt halt so gewesen dass die drei amokläufer völlig unbedrängten zugang zu waffen hatten zu scharfer munition zu allem möglichen und das ist wirklich so das kernproblem was wir in den usa haben und in anderen ländern viel viel weniger und wenn ihr euch anguckt wie viel amokläufe es im letzten jahr gab da gibt es auf twitter aktuell das ist ganz viral gegangen diese statistik dazu nicht ballerspiele oder sonstiges hinter hintergrund denn die leute sagen immer ja er hat ballerspiele gespielt das ist der grund ganz ehrlich leute haben auch toast gegessen milch getrunken wasser getrunken das alles müsste ja theoretisch auch der grund sein dass man so durchdreht nein es gibt viele verschiedene gründe es gibt unglaublich viel was man da irgendwie bedenken muss aber meiner ansicht nach und das ist wirklich wichtig und das sollten auch viele die es jetzt gucken verstehen leute die so weit sind dass sie der auffassung sind dass der einzige ausweg aus dem aus der situation in der sie sind aus dem zustand andere menschen zu töten diese leute brauchen definitiv hilfe und das basiert nicht darauf dass man sagt okay die haben ein bisschen zu viel fortnight gespielt oder call of duty oder sonst was wenn man raged und seine playstation ausmacht und alles mögliche dann ist das eine sache aber es ist eine ganz andere sache wenn man sich da hinstellt menschen tötet das ist unwiderruflich und zwar unschuldige leute die man gar nicht kennt oder sich todeslisten erstellt wo man 100 namen aufschreibt und sagt die will ich alle mit in den tod nehmen das hat andere gründe als ganz normale spiele die wir alle spielen ich muss ganz ehrlich sagen ich spiele seit ich weiß ich mein halbes leben lang spiele ich gta battlefield call of duty fortnight all diese sachen aber ich habe noch nie danach das gefühl gehabt ich möchte jetzt eine richtige waffe haben und jemanden umbringen das ist so ein thema da könnte man locker noch eine halbe stunde darüber diskutieren aber jeder sollte in dem fall bedenken und das ist wichtig deshalb wollte ich das heute gerne machen und ich hoffe ihr stimmt mir dazu es kommt auch auf die gesellschaft an wie gehen wir mit den menschen um und ich habe es in den letzten monaten sind wie sehr sehr häufig überall auf social media gesehen leute werden angegriffen und es gibt leute auf der anderen seite müsst ihr euch immer bedenken die nicht hart im nehmen sind die das nicht einfach so hinnehmen die werden traurig die werden teilweise depressiv das ist alles nicht zum scherzen man sieht das immer gerne und schreibt mal so eine beleidigung hin und sagt sich dann das passt schon aber es ist eben nicht ganz ohne deshalb leute merkt euch auch für die zukunft bevor ihr einem anderen auch wenn ihr nicht seht irgendwas schreibt überlegt wie das ankommen kann und was ich auch ganz ganz feil finde viele leute habe ich schon gesehen die würden auf der straße niemals den mund aufmachen und nutzen dann das internet und die anonymität damit sie da ihre botschaften ihre hassbotschaften rausbringen macht das nicht leute das lohnt sich nicht ich hoffe euch hat das gefallen heute ich bin raus haut rein